Ich gebe ihm einen Hammer, den Nagel. Ich gebe ihm einen Hammer. Schauen wir mal. Lass wir mal. Soll ich ein bisschen am Zeichen halten. Ich habe einen langen Hammer. Du bist auch für ewig. Ach ja. Mit dem Bier. Du trinkst ja nichts. Ich trinke nichts. Ich trinke nichts. Ein Papa auf dem Scheidel. Ja. Das ist zusammenräumen, oder was? Hat er schon mal gemacht? Nein, aber... Gar nichts. Das passt für dich. Ja, putz das alles raus. Putz raus, dann träg ich. Ja, das träg ich. Ich trinke mich auf den Boden aufziehen. Genau. Doch.